Ja, nicht mal dafür Platz. Dann haben wir ja mehr Lohnpau. Na komm mal da ran hier da haben wir sechs stück brauchen wir noch sieben noch mal acht leder gut da muss ich noch mal eben spieken ich weiß nicht mehr das rezept backpack eine kiste und acht leder haben wir genau in der tasche haben wir jetzt zwei stück da ist klar da kann man auch ein bisschen was da reinpacken die sagen aber hier mal die grünen geschichten hier auch das essen das packen wir mal hier in den vorderen das fleisch mal hier zu dem dann würde ich sagen holz mal eben einmal komplett wegpacken wie den helmen zum beispiel auch noch den würde ich jetzt mal eben wieder tauschen beziehungsweise lassen wir mal an für den nähter und hier den clay packen wir hier rein so die wolle das lassen wir mal hier bei den deko geschichten so hier haben wir noch jede menge holz das ist alles hier dieses verarbeitete holz ich mag ich mal hier zudem also wird auch schon wieder voll haben wir hier keinen platz mehr ich wollte ja hier die feld geschichten oder mir noch mal eben anschauen noch kartoffeln was wir hier noch so haben wir haben ja noch die beetroot zieht sie können noch mit dem dorf nehmen die nehmen wir glaube ich komplett mit weil das ist ja auch das was die dorfbewohner ja auch essen dann hier die rote beete wie gesagt und das hier die die sagen hier von dem crop top hier die lassen wir mal eben hier in der kiste hier den pumpkin zieht auch weil da haben wir jetzt noch nicht so viel von das müssen wir am nächsten frühjahr mal neu aufsetzen ja auch damit der tomate da auch gut gehen wir noch eine runde schlafen und dann packen wir hier die ganzen sachen hier für die für das dorf hier die da würde ich jetzt sagen wir auch die ganzen sachen hier mal aus der truhe auch mal mit hier die äpfel brauchen wir nicht aber hier die rote beete zum beispiel dass wir das alles da irgendwie mal komplett mal irgendwie dabei haben so den packen wir mal hier rein und dann schnappen wir uns mal hier so ein paar kartoffeln hier zum verzehr ich wollte jetzt einmal in den nähter noch mal eben schauen ob wir da noch ein bisschen was von dem war es vielleicht noch abbauen so und da brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht so viel mitnehmen wir nehmen nur das nötigste mit was wir brauchen und zwar nehmen wir die diamant geschichten mit hier die rüstung sonst aber komplett mal eben hier beziehungsweise ja die hose haben wir ja noch nicht hier da ist ja schon so ein kollege hier da ist das denn naja hier müssen ich meine am start hier ne also ich nehme mit in den rucksack brauchen wir ja eigentlich nicht Lava haben wir hier oben eigentlich auch noch also ich bin jetzt nur mal nach diesem quarz gucken was wir brauchen könnten wären paar leitern da haben wir jetzt ja auch so viele stecker gerade schon hier im inventar ich brauche mal so einen ganzen stack mal im leitern 40 stück sind schon mal nicht schlecht machen wir mal so einen ganzen stack leitern dann haben wir fackeln dann bräuchten wir im prinzip denke ich mal einmal so ein kies mal so ein stack nehmen wir mit hier zum hochboden runter bauen fackeln haben wir zu essen haben wir das glas weiß ich gar nicht ob wir da jetzt mit dem glas schon loslegen wollen weil wir haben jetzt ja auch nur das minecraft glas das ist jetzt auch nicht gerade so schön wir nehmen noch mal ein paar koppels noch mal mit mit dem glas man könnte das jetzt bauen dazu aber das sieht halt eben noch nicht so gut aus ich würde dann lieber auf das tinker glas dann warten wir nehmen jetzt mit so harvest tier diamond hier die bronze spitzhacke zum abbauen wir nehmen die die hammer geschichten mit die die angel die brauchen war ich nicht aber wenn man den rucksack alles das sind nicht brauchen und den rucksack dann komplett weg und das ist ja auch immer noch mal die hälfte von mittel bett können wir nicht gebrauchen die axt können wir nicht gebrauchen wir können die kohle können wir könnten wir brauchen hierfür ein feuerzeug brauchen wir auf jeden fall wo wir glaube ich sogar noch eins da haben aber ich naja doch wir haben ich meine wir haben eins da ich gucke mal eben ob ich hier eins habe aber ich denke da ist eins so wir nehmen die portion of fire resistance mit machen wir erstmal mal eine so und dann packen wir hier die anderen geschichten in den excavator die schaufel das nehmen wir mal so mit wie es ist hier den haben wir nehmen wir auch mit hier den den wehen immer haben muss man mal sehen die helmen geschichten hier portion of fire fire resistance kommen wir mal zwei stück mal von mit und hatten bin ich auch noch hier regeneration das war doch das mit der gast tierne schauen hier mob aber wir nehmen die pfeile mit machen wir so die pfeile federn haben wir auch noch gar nicht wir haben noch gar keine hühner so richtig hier können auch mal probieren mal eins zu verzaubern haben wir noch fäden so ich probiere mal den bogen mal zu verzaubern mal sehen was der kann so mit dem platz müssen wir jetzt irgendwie auskommen hier die flasche nach einem weg den bogen mal eben probieren und breaking 3 power 2 unbreaking warten wir noch mal ab hier infinitive natürlich großartig aber das ist ja auch ja, müssen wir mal sehen diamond sword Untertitelung. BR 2018